Tach Leute und Damen, herzlich willkommen zum Aufnahmemarathon von Gungame auf Funville.eu, dem besten deutschen Minecraft-Server. Ich bin's, der Quantum, mit der Musik von KST Beats im Hintergrund. Alter, ich hab nicht mehr mitgezählt, wie vielte Runde das jetzt ist. Es ist einfach nur unmöglich. Wieder 16 Leute. Junge, wie viele hier einfach Gungame spielen und ich hab so Bock da drauf jetzt. Ich nehm das einfach die ganze Zeit auf. Ich werd sowas von vorproduzieren, ey, die ganze Zeit. Ich weiß jetzt nicht, wie viele ich schon aufgenommen hab. Mindestens die sechste oder siebte Runde ist das doch jetzt schon, oder? Alter, richtig krasse Aufnahmemarathon hintereinander. Ah ja, ich konnte nicht mal die richtige Abmoderation machen. Dann in der letzten Folge sofort wieder rein. Alter, alter, alter. Richtig krass. Und dann geht's auch schon los gleich. Boah, es macht so fun gerade einfach nur. So, ey, Gungame ist echt mit Survival Games das beste Spiel, was hier gibt auf dem Server. Ganz einfach. Richtig. Es macht einfach sowas von viel krass Spaß, ey. Junge, ey. Ich bin sowas von außer Atem jetzt, ey. Und dann geht's jetzt auch sofort los. Junge. So, da geht's los. Mal wieder auf der guten alten Factory Map. Äh, das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Na ja, komm. Na ja, komm. Na ja, komm. Nein! Oh, schade. Äh, da. Jo, komm her. Komm her. Komm her. Nein! Hallo, hallo, hallo. Da, du. Nicht da. Nicht will ich. Jo, da hab ich ihn gekriegt. Äh, zwei hab ich getötet. Krass. Okay. Das... Das ist scheiße von mir gewesen jetzt, ey. Schade. Also, das wird jetzt nichts mehr... Wenn ich den jetzt noch treffen soll... Schade. Der hatte wohl noch sehr viel mehr Leben als wir. Ist das ein AFK? Nein. Nein. Okay, dann lieber nicht. Bogen im Wasser. Ganz schlechte Idee, sich damit anzulegen. Oh, das war eine ganz schlechte Idee von mir. Eine ganz dumme Idee. Aber ich hab ihn noch gekriegt. Richtig krass. Junge. So, dann gehen wir doch hier gleich ins Gemetzel rein. Ich hab nur noch... Äh, Quatsch. Goldschwert. Steinschwert. Eisenschwert. Da kommt, da kommt, da kommt. Ja. Die Axt. Die Axt. Die Axt. Schwert. Bum, 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 bum. Komm, 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 komm. Dich töte ich jetzt durch. Töte ich jetzt Bogen. Nein, da kommt einer von hinten. Ja, das schaff ich nicht mehr. Schade. Aber, boah. Es ist so geil. Bam. Oh, schade. Nicht getroffen. Ja, sollte ich den... Sollte der jetzt noch verbrennen? Schade. Schade, echt. Den hätte ich, wenn der jetzt verbrannt wäre... Alter, ich hätte ihn bekommen. Schade. Oh, Mann. So. Bam. Den hab ich richtig oft getroffen, aber... Nein. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Jo. Dich. Dich krieg ich jetzt. Jo, jo, jo. Komm schon. Töte jemanden. Jawoll. So. Oh, Mann. Ich bin mega... Konzentrated jetzt gerade. Jo, jo, jo. Jo, jo. Nein, er hat ihn gekriegt. Der Lappen hat ihn gekriegt. Schade. Also, was heißt der Lappen? Also, nicht ernst nehmen, wenn ich sowas sage, ne? Falls... Also, es ist nur... Spaßmäßig so gemeint, ne? Äh. Komm schon. Sieht so gut aus gerade. Na, komm. Komm, komm, komm. Jo, da hat jemand... B-b-b-b-b-b-bomben. Schade. Nicht mehr gekriegt. Tränke wieder. Oh, wenn ich die jetzt wieder in die Menge werfen kann. Oh. Ja. Zack. Und zack. Und... Nein, nein, nein. So viele mit Stick, ey. Schade. Da wurde ich getötet. Den will ich nicht. Ich will... Ne Menge. Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt in mehrere reinwerfe... Okay. Da hat einer als Letzter. Fuyu. Fuyu. Ganz ehrlich, der wird gewinnen. Der hat's verdient auch. Wenn ich den jetzt nicht noch töte, hat er gewonnen. Dann hat er schlicht und einfach gewonnen. Aber er hat's anscheinend nicht mehr geschafft. Lol, 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 lol. So, da hab ich noch jemanden getötet, damit ich nicht weiter abfalle vom Level her. Boah, das wäre schade. Das wäre so geil gewesen, wenn ich jetzt noch... Na, komm her. Nein, 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 nein. Schade. Ich hätte noch den da hinten kriegen wollen. Nein, keinen getötet, was zur Hölle. Naja, dann krieg ich vielleicht wieder die Explosion. Das wär natürlich auch mal wieder schön. Ja, da lass ich mich mit hochgehen. Hey, Suicide. Oh, schade. So, da hab ich mal wieder die explosifizierten... Jawohl, da seid ihr doch hochgegangen. Junge, wir hatten hier noch alles getötet. Äh, äh. Tschüss. Nein, da hat jemand das letzte. Okay, der gewinnt, der gewinnt. Der gewinnt. Der verdient's aber auch. Nein, er gewinnt nicht. Schade. Weil ganz ehrlich, jetzt haben es schon so viele Leute, äh... Okay, da hat er gewonnen. Oder wer auch immer das jetzt war. Aber ich mein, da hatten schon mehrere Leute jetzt die letzte Stufe. Die haben's echt verdient gehabt. Ich war auch sehr gut, aber ich bin dann am Stick hängen geblieben. Und hab's nicht mehr weiter geschafft. Aber trotzdem, ne richtig geile Runde. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch nen Like da. Wenn nicht, dann nicht. Aber das glaub ich eigentlich nicht. Und dann bis zur nächsten Folge. Und ciao, Leute.